Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Together Emerald Randomizer Nathlok Challenge mit Ray und mir. Uns ist, beziehungsweise ihm ist, ein kleines Missgeschick passiert, ähm, Part 48 existiert nicht. Genau, also meine eigene Stimme habe ich nicht aufgenommen, mit Ingame-Schauen schon. Also es wäre so ein typischer Iso-Part gewesen, die hätte sich kaputt gelacht. Um es kurz mal zusammenzufassen, ich habe einen Habitakt gefangen auf Roto 121, das heißt Captain Sparrow, Captain Jack Sparrow, um genau zu sein. Und ich hätte auf der Rote sogar einen Rayquaza fangen können. Genau. Und da hat sie gelacht. Ganz laut. Ganz, ganz, ganz laut. Ganz laut. Du hast das höchste Level hier. Ach ja, und der hat gelevelt. Ja, ich habe ja gelevelt. Man sieht's. Und leider ist die Entwicklung von Thor dann nicht dabei. Ist jetzt ein Magneter geworden. Prüse ist auch Level 30. Ein, ja, 30. Was ist das da? Ach, das ist die Safari-Zone, oder? Yeah. Du lässt mir aber bitte auch ein paar Ebenen in der Übrigen, ne? Wie viele hat die denn? Die hatten mehrere, keine Ahnung, genau wie viele. Schauen wir mal. Und ich würde auch erstmal in die Stadt gehen. Oh, nee. Nee, der King. Mach dir keine Sorgen. Ah. Herr Erkater. Herr Erkater soll das Vieh eigentlich zur Hälfte weghauen. Echt? Ja. Oh ja, ich setze es gleich ein. Das, äh, Erkater hat... Das Vieh ist erstmal weg. Und Erkater hat, äh, sehr hohe kritische Chance. Ach, na dann. Hm, Finte. Na ja. Das könnte schlimmer sein. Nein. Gut. Und, Erkater. Erkater ist da schwächer als, äh, ähm, Flügelschlag. Oh, oh, okay. Aber du siehst, kriegst der Treffer. Ja. Den Rest könnte ich eventuell mit Steering wegkloppen. Nee, kann ich nicht. Schade. Ach, was. Kriegen wir aber jetzt weg. Los, klopp ihn weg. Hat doch seinen Sinn. Genau. So. Und dort kriegst du den Attackenverlerner. Und der hat... Wunderbar. Und der hat wunderbar. So, so freudig. Es strahlend. Level up. Total. Ja. Ich will aber... Ich will aber da rein. Geh doch erstmal in die Stadt. Wieso? Ist hier... Menno. Wir willen aber nie in die Stadt. Attackenverlerner und alles. Hier ist aber überall... Stopp. Will nicht. Ich denke, ich soll in die Stadt. Ach, Menno. Ja, nun macht schneller hier. Ich will heute noch in die Stadt kommen. Der will ja nur die Safari-Zone für sich alleine haben. Natürlich. Ich schwinge ich dich auch in die Stadt. Oh, leck mich am Arsch. Das sind halt Schüchter. Was merkt schon. Ich merke es noch kurzen Prozess draus. Peck. Peck. Der Kater trifft eh beide, wenn er nicht schneller ist, hör. Schön. Das mag am Level liegen. Nein. Wie kommst du darauf? Hey, stopp. Jetzt habt die 35. Er lernt das eigentlich irgendwann nochmal was? Ja, kein Vorschlag. Ja, irgendwann 45. Ach, das ist ja schön. Dauert noch ein bisschen. Da hätte ich auch Donnerblitz einsetzen können, ja? Und da nehme ich dann wieder Peck. Ist doch E. So, was kommt da jetzt noch? Oh, ein Tropius. Ja, einfach R-Cutter. Oh, es lebt noch. Oh. Ja, es ist gleich tot. Ja. Hey, Piste ist Level 30. Nur durch den AP-Teiler. Ja. Oh, so Fritzelblitz. Scheiß Vieh. Denk dran, ich hab'n Flug-Pokémon. Ich weiß. Denk dran, du hast'n Flug-Pokémon. Ja. Confused-Way? Brauchen wir nicht. Ja. Brauchen wir definitiv nicht. Ja, weil sich mein Pokémon paralysiert. Meine Fresse, dafür haben wir Zeug zum Heilen. Nein. Habt denn eh so? Mein Gott, Daniel. Nee. Guck mal, Beleber. War doch Beleber, oder? Hohma Bobby wieder. Nö. Stimmt, der ist der Tod. Wir könnten mal bald neue Lava-Cookies kaufen. Ja. Ui, ui, was kommt da? Du musst nicht nach rechts. Du musst nicht nach rechts. Da ist ein Ball, da ist ein Ball. So. Ich kann dir auch gern noch den Trainer lassen, also. Hm. Welches war das? Ach, Drache-Flug war das. Bzzz. Aber sehr effektiv ist trotzdem, ne? Drache-Klaue. Hm. Du killst mir jetzt nicht mal in Zapdos. Sicherlich. Hm. Hm. Lass mich in Rufe. Wie sie auf Safe spielt. Wie sie auf Safe spielt. Lass mich doch. Ich hänge an meinem Pokémon, im Gegensatz zu dir. Komisch, ich hänge auch an meinem Pokémon. Ups. Ist der falsche gewesen. Aber trotzdem laufe ich nicht vor jeder Herausforderung davon. Das mach ich sowieso nicht. Nicht vor jeder. Ach, verdammt. Da kommt's wieder. Wetten? Oh! Oh! Hallo! Hallo! Das Re-Battle des zweiten Parts. Herrlich. It is back. Mit nem größten Level-Unterschied. Vergiftet. Ja, deswegen hätt' ich dir Donnerschlag vorgeschlagen. Geil. Vor allem, weil's Boden ist. Ob das so viel abzieht? Ja, vor allem. Scheiß drauf, jetzt bin ich eh schon vergiftet. Hier du King, du packst das. Na ja. Oh. Sehr schön. Na ja, gut. Und tschüss. Goodbye. Ah, wär schöneres Rewide für Stecher gewesen. Ich hätt'ne Etage weiter unten laufen sollen. Etage weiter unten. Ich hätt'ne Etage weiter unten. Ähh. Was hast du denn? Ein Pikachu! Ahh. Guck mal, wie es dich freudestrahlend anguckt. Ja, total toll. Du schnabelst des Todes in einer nicht effektiven Attacke. Ich bin immer wieder überrascht über deine grandiosen Ideen. Echt? Ja. Wieso? Stahlflügel werden eventuell ein bisschen besser, ne? Echt? Ja. Jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Ach ja. Bin ich nicht toll? Jetzt ist es paralysiert, das gibt's ja nicht. Ja, du machst das echt schön. Ja, klasse. Immerhin hat die Dame Kohle. Doch! Man kann an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen. Könnte ich, theoretisch. Doch, ne, ne? Oh, yes, baby. Oh, jetzt hab ich Angst. Ähm, ich will das Vieh nicht unterschätzen. Ich weiß. Kira! Warum? Nein! Ich, ach, Kira ist ja erst Level 32. Hm, doch, vielleicht sollte ich. Ach. Kira! Nein! Es war falsch da. Ja, ich hab's verstanden, ist ja gut. Goodbye, Kira. Ja. Ey! Immerhin kann er, der kein Donner anscheinend. Er verstärkt sich nur die ganze Zeit. Verstärkt sich nur. Boah. Ich beobachte das gerne. Das gibt's nicht. Ich beobachte das so gerne gerade. Aber das sollte es gewesen sein. Weiß ich nicht. Da kommt der, glaube ich, noch ein Pokémon, oder? Shiftry. Keine Ahnung, was das ist. Shiftry. 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 Ich, keine Ahnung. Das ist ein Pflanzen-Pokémon, glaube ich. Ich weiß es nicht. Du wirst es sehen. Oh, eine Premiere. Das ist ein Wasser-Pokémon. Ja, wusste ich's doch. Das ist ein Eis-Pokémon. Eis-Pokémon? Das ist doch kein Eis-Pokémon. Lass mich gucken. Ah, ich hab kein Opera auf, egal. Das muss noch sein. Fight! Ich denke, du guckst nach! Nein! Der hat nach. Nützt ihm eh nichts. Nicht wirklich. Und selbst wenn Eis ist, bist du doch mit Feuer auch effektiv gegen. Ich glaube, ja. Für mich verletzt der Sandsturm aber auch. Ja, mir geht das bisschen. Pfund, das sollte jetzt nicht. Ja. Peace ist dein erster Kampf und du hast gesiegt. Wow. Unglaublich. Und unglaublich viele GP. Ich wollt grad sagen, gleich mal 1100, hallo? So geht das. Oh no, what happened here? Ach. Ach. Du, du bist so verschwenderisch. Ja. Das ist unglaublich, was du an Ressorten. Ich kauf neue. Was du an Ressorten verbrauchst. Ja, man nicht rum. Jetzt jammer hier nicht rum, ich kauf neues. Ja, das haben sie früher auch gesagt. Ich kauf mir neues Eis. Und so war ich dann geblieben. Vor was reden wir gerade? Über Sodapop für 23. Das war wieder typisch. Ach, Mann. Genau, wenn sie hinguckt. Ey, das gibt's nicht. Ja, das ist, weil nur Sodapop Eis bei 23. Boah, komm, komm, komm. So, schön. Ja. Los, setzt Typerstrahl ein. Muss man sich dafür nicht einmal aufladen? Nein, danach. Ich werde erlernt hat, noch kein Überstrahl, um zu beruhigen. Den Überstrahl kämpfen wir, glaube ich, noch oft genug Mach es fertig Und hier Und paralysiert, na bitte, es geht doch Und jetzt mach es fertig, auf Ruhe, yes Natürlich mach ich das fertig Und da solltest du in die Stadt kommen Ach, du wolltest die Bären Jetzt will ich mir die Bären Ach, die Nana Berries Sind aber noch nicht alle reif Siehst du das nicht, dann gibt es noch gelbe Das sind die Bären Ach, guck mal, ich finde das so genial, ne? Die nimmt sich nicht ein paar Bären, nein, sie reißt den ganzen Busch raus Magst du dich ins Pokémon Center? Ach man, ja, eigentlich wollte ich gucken, ob ich hier noch irgendwas zum Angeln finde Mach ich dann schon fertig Ja, danke, genau, das wollte ich vermeiden Ich schaff das noch Dein Angeln halt Ich find, ich find hier noch irgendwo was zum Angeln Da unten komm ich nicht ran Verdammt Nicht verzweifelt, sie sucht Aber ich glaub, sie findet noch was Ich muss da oben hoch, so ein Kack Dann geh mal zu deinen Rivalen Ne, ne, muss ich nicht Haha Muss ich doch Kann ich da drinnen angeln? Probier's Coole Angelstelle Wo ist denn die scheiß Angel? Wie viel Zeit hast du denn noch? Ein paar Sekunden Nein, verdammt Okay, gut, dann beende ich hier meinen Park Das schaff ich sonst nicht Alles klar Dann wir sehen uns bei Ray Und diesmal nimm deine Stimme mit auf Bis dann Tschüss Ciao Ciao